Naja, aber ich habe, ich wollte am letzten, war das letztes Wochenende? Ja, ne? Wollte ich Leo besuchen fahren und habe mir gedacht, dann miete ich mir da, wo wir auch drüber geredet haben, ich miete mir mal ein Auto und habe da angeklickt, bei Avis war das, ich will hier so Golfklasse, weil das ist durchaus so ein Wagen, den könnte ich mir vorstellen, vielleicht ein Golf zu kaufen, trotz allem Gedingse bei VW. Dann ist es aber geworden ein Seat Leon. Selbe Firma, mehr oder weniger, von daher. Selbe Firma, denkt man, selbe Größe von Auto, da ist im Grunde das gleiche Zeug drin wie beim Golf, aber, und soweit ist das Auto auch unspektakulär genug und wie man sich das so vorstellt, aber ich war ein bisschen schockiert, deswegen habe ich auch dieses Video gemacht, von diesem Radiogerät, was da drin war. Ja, das ist wohl die kleine Version von diesem Radio hier und das hat einen unglaublich furchtbaren Touchscreen, bei dem man schon sehr feste mit dem Nagel drücken muss, bevor überhaupt irgendwas passiert. Es hat auch diese Krankheit, das sieht man vielleicht gleich noch, dass du, er highlightet gleich hier diesen Medienbutton, aber er löst nicht aus. Ich habe so daneben getippt, ich treffe daneben, er highlightet ihn und er löst dann nicht aus. Ja, also es ist so wie mit der Maus reinklicken und dann wegziehen, das kann da auch passieren und du denkst, du hast ihn aus dem Augenwinkel irgendwie getroffen, aber du hast ihn nicht getroffen. Und das ist nicht gut zu benutzen, dann siehst du dort oben in der Mitte, hast du so einen Zeitbalken und du meinst, du kannst da sicher dran scrollen und wenn du da drauf drückst, dann sagt der Funktion nicht verfügbar. Ja, und wenn du auf diese Pfeile links und rechts klickst, neben der Zeitleiste, dann hast du manchmal, dass er nach 10 Sekunden dann rückwärts springt, manchmal aber auch nichts und er spielt einfach geradeaus weiter. Das allerbeste ist, wenn du hier Sprachbedienung, das Lenkrad hat einen Siri-Button oder einen VW-Button für Sprachsuche oder so, aber das hat halt dieses Radio nicht. Aber die haben trotzdem das Lenkrad mit dem Button eingebaut. Das heißt, du hast da so einen total leer, also das kennt man ja auch von Autos, dass die so einen Leer-Button haben, aber der war auch beschriftet. Ist ja klug. Aber das allerbeste bei dem ist, und da haben ja auch ein paar Hörer geschrieben, das ist nicht nur bei diesem Seat-Ding so, das gibt es auch bei BMW. Lautstärke auf 0 drehen ist Pause und Pause ist Lautstärke auf 0 drehen. Das heißt, du drückst hier auf dem Touchscreen auf Pause und dein ganzes Bluetooth-Audio vom Telefon inklusive der Navigation wird leise gedreht auf 0. Das ist sehr klug. Wenn du dann am Lenkrad wieder nach oben drehst, dann macht er auch Play. Was zum Teufel, was haben die geraucht? Ja eben, also hier ist dieser Button mit Sachen, dann hast du rechts oben einen Button, der heißt Auswahl. Und wenn du da drauf drückst, erscheint da nur der Name der App, die gerade spielt. Das ist der Medien-Button, der gerade nicht anspringt und der Spulen-Button, der nicht spult. Also das könnt ihr euch da mal auf dem Video anschauen, ist auf YouTube. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen schon erstaunt, wie schlecht so ein Folder namens Instacast. Ja so, was? Oh Gott. Das Video in stumm zu schauen, ist sehr lustig. Das ist einfach nur, wie du penetrant immer auf den selben Knopf drückst und nichts passiert. Das tut ein bisschen weh. Das ist ja, es passiert nichts. Dann habe ich hier unten noch den USB-Anschluss gefunden und wollte mal raten, ob dir das iPhone eher voller oder leerer macht. Hat das iPhone, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, hat das iPhone denn angezeigt, dass es lädt oder hat das einfach gar nichts gemacht? Das hat angezeigt, es würde laden, es hat ein kleiner Blitz im Display, aber es ist leerer geworden. Da hast du wahrscheinlich den Seat geladen. Das hättest du jetzt gar nicht bis Wiesbaden geschafft. Das war ein E-Seat. Das ist ja nicht USB-C. Nein. Nein, das ist nur normaler, also auf jeden Fall. Und er hat auch natürlich nicht iPod-Integration auf diesem USB, sondern der hat nur, weißt du, da kommt auch gerade Werbung für ein E-Golf. Dankeschön. Na super. Naja, und... Das heißt, wenn du Audio haben willst, musst du es über Bluetooth machen. Der hat nicht diese alte iPod-Integration, dass die Musik-App über USB in das Radio reingeht. Und das ist relativ katastrophal bei diesem Seat gewesen. Jetzt haben andere Hörer auch dann auf Twitter geschrieben, das ist dieses Pause ist gleich stumm, ist auch bei BMW teilweise so. Echt? Also das ist vielleicht so eine Autohersteller-Krankheit, dass die meinen, es gibt eine Audioquelle. Die auf dem Bluetooth kommt und die muss man dann insgesamt ausschalten. Also dass da mehr Audio vom Telefon kommt als nur Musik, das ist scheinbar da nicht mit bedacht. Natürlich nicht, weil du hast keine Navigation auf dem Handy, du hast doch ein Navigator eingebaut. Ja, in dem zum Beispiel nicht. Ja gut, das ist aber ein Armutsproblem. Da kann ja jetzt sehr nichts dafür. Also ich kenne nur, ich kenne das Umgekehrte, das Stumm ist gleich Pause. Wofür man durchaus argumentieren kann, dass das natürlich nicht so falsch ist. Weil wenn du das Radio stumm schaltest, dann entsprechend die Audio-Wiedergabe auf dem iPhone pausiert wird. Aber wenn das natürlich nach, also die Folge daraus ist, auch keine Navigationsanweisung mehr hörst, dann ist es natürlich Quatsch. Ja. So und was ich mich jetzt halt frage ist so, das ist so, die machen, also zum einen werden ja Autos durchaus an Mietwagenfirmen gegeben, damit das so als Botschafter für die Marke irgendwie so als erweiterte Testfahrt auch genutzt werden kann. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie einen Golf oder einen Seat kaufen wollte, kann er bei der Mietwagenfirma das Ding für eine Weile haben und dann ausprobieren und sehen, ja, nein. Und dadurch, dass sie in diesen Seat jetzt das kleine Radio eingebaut haben und ein paar Hörer sagen mir auch, das größere Radio von Seat ist kein Mist. Das hat das mit Carplay, das ist auch ganz okay. Wieso bauen sie da dieses Ding ein und wieso ist dieses Fall bei, dieses kleine Radio bei Seat so ein Dreck wie vor zehn Jahren? Ich sag dir warum. Als Upsell-Argument für das nächste. Nein, weil wir, vielleicht wir vier, nein wir drei von uns hier, der vierte stellt sich eine Bluetooth-Box ins Auto. Drei von uns verbinden ihr Telefon mit einem, mit einem, mit dem Bluetooth-Gerät, mit einem Bluetooth-fähigen Radio in ihrem Auto. Der Rest der Nation steigt in das Auto ein und hört Antenne Bayern. Zumindest der Rest der Nation, die hier unten im Süden wohnt. Weil denen völlig scheißegal ist, dass man ja auch Musik da dabei hat. Weil das ist ja ein Radio. Das ist ja kein MP3-Player. Wie meinst du, die Radiobedienung auf dem Ding ist gut? Herausforderung, wenn jemand mal dieses kleine Seat-Radio vor sich hat, stellt einen Sender ein, der noch nicht abgespeichert ist. Viel Spaß. Mach das nicht während ihr fahrt, weil ihr sterbt. Ja, das machst du einmal, da klickst du rum und du hörst ja auch immer nur Antenne Bayern, weil da ist ja der Nullinger, vermute ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Ja, netter Kerl, der Nullinger, aber... Ich weiß es ja nicht mal. Ich habe in meinen, ich glaube in den letzten fünf Jahren keine Antenne Bayern mehr gehört. Viele Grüße, Mike, aber Antenne halt, gell? Und also ich glaube tatsächlich, dass wir und vermutlich auch einige unserer Hörer andere Dinge erwarten von so einem Gerät, weil man halt inzwischen weiß, wo man so sein kann und was theoretisch möglich ist oder weil man einen Podcast hören will und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der Großteil der Leute, die steigen ein und hören Radio. Ein Großteil der Leute, wenn sie sich ein Auto mieten, wie lange mietest du dir ein Auto, wenn du es mal lang mietest? Vier Tage. Der Großteil der Leute, der wäre es viel zu blöd, für vier Tage ihr Telefon zu koppeln, weil per Bluetooth das Telefon koppeln für sehr viele Leute, die nicht 14 Mal am Tag Bluetooth-Kopfhörer koppeln, für die ist es Raketenwissenschaft. Es ist auch oft Raketenwissenschaft, muss man ja dazu sagen. Das Frustrierende daran ist ja, dass es wirklich, gerade das Koppeln mit Infotainment-Systemen im Fahrzeug... Das war das Einzige, was da gut ging. Ja, das ist ja schon mal was. Also ich bin ja wirklich jemand, der koppelt gerne Bluetooth-Geräte, also auf eine gewisse perverse Art. Aber zum Beispiel, ich steige in ein Drive-Now-Fahrzeug und jetzt kann ich mir überlegen und inzwischen weiß ich blind, wie man bei einem Mini ein Bluetooth-Gerät koppelt. Aber jetzt muss ich mir überlegen, ist es mir 90 Cent wert, weil so lange brauche ich dafür, obwohl ich weiß, wie es geht, um dieses blöde Gerät mit dem Auto zu koppeln, ist es mir 90 Cent dafür wert, weil ich drei Minuten ungefähr dafür brauchen werde. Vielleicht zweieinhalb, was trotzdem 90 Cent kosten wird. Dieses Telefon zu koppeln. Meistens wäre mir nicht mal 25 Cent in dem Moment wert, von daher ist es mir dann wurscht. Dann höre ich halt keine Musik oder Radio oder stelle einfach das Telefon mit den Boxen nach oben in den Becherhalter und mache einfach den Podcast laut. Oder ich mache es wie Alex und nehme mir einfach in Zukunft so eine Box mit. Ich weiß halt nicht, ich habe nochmal nachgeschaut, Steve Jobs hat glaube ich, ich glaube 2006 hat er das gesagt, kann das sein? Ist noch unklar, was er gesagt hat. Dass 70 Prozent, ich muss nochmal nachschauen, 70 Prozent, ja 2006, sagt Steve Jobs, 70 Prozent aller neuen Autos haben eine iPod-Option. Und jetzt irgendwie elf Jahre später sind wir nicht so weit, dass die Standardoption für den iPod, also das Bluetooth-Gerät heutzutage, dass die so halbwegs benutzbar ist. Ja, das ist halt ein komplett anderes Ding, weil die iPod-Option war, ich schließe einen iPod an mein Auto an. Und die Option hieß gleichzeitig, ich kaufe mir einen zweiten iPod für mein Auto. Also waren ernsthaft, das haben halt Leute ernsthaft gemacht. Und zwar dann war halt einfach, hast du ein iPod, wo halt irgendwie, keine Ahnung, 128 GB Speicher drauf waren und der war halt immer im Auto. Du machst das Auto an, der iPod wird sowieso damit gleich aufgeladen, der wird ja auch nicht sofort leer, wenn er nicht benutzt wird. Und du hattest halt sofort Zugriff auf alle deine Musik in deinem Auto drin und konntest im Zweifel einfach Play drücken und der hat losgeschaffelt. Und damit war das relativ easy, damit hast du einfach mehr oder weniger, ich meine, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, die deutlich billiger gewesen wäre, du hast mehr oder weniger einfach einen USB-Stick mit Musik drauf an dein Auto angeschlossen. Und das war einfach, das hat einfach funktioniert, aber jetzt gehst du ja hin und wo kommt heute meine Musik her? Meine Musik kommt vielleicht aus Spotify, sie kommt vielleicht aus Amazon Music, sie kommt aus Google Play Music. Vielleicht bei manchen Leuten auch aus Apple Music, das geht vielleicht auch am ehesten. Aber jetzt musst du das per Bluetooth koppeln und jetzt kannst du da, jetzt musst du im Zweifel aber die richtige App aufmachen, weil wenn ich Play drücke, dann spielt da das letzte Audio ab oder das erste Audio, das er in meiner internen Bibliothek findet, was kompletter Unsinn ist. Und dann suche ich wieder die Spotify-App, mach die Spotify-App auf, drück dann da auf Play. Nein, dann mache ich doch lieber Antenne bei anderen. Ich finde, das Auto war soweit okay, das war brandneu, das war frisch vom Band. Und das hat halt hier und da ein bisschen geklappert, das wäre also nochmal so ein Garantiefall gewesen, was mir jetzt auch nicht so große Confidenz gibt, das irgendwie als nächstes ein Seat zu kaufen. Aber andererseits, sie machen sich ja auch dieses Auto kaputt. Ja, es ist so wie ein Brautkleid, was irgendwie im Taubenstall gelagert wird. Ja, es ist voll schön, das Brautkleid, es hat nur ein paar Flecken. Ja, es ist so die Bestanalogie des Tages, wirklich einfach fantastisch. Also ich weiß nicht, ob sich das lohnt, so ein schlechtes Ding, so ein schlechtes Radio noch irgendwie überhaupt einzubauen. Na gut, die andere Sache ist, ein Hörer hat mir auch einen Artikel geschickt, wie das im Hause VW allgemein gehandhabt wird und das war auch relativ interessant, dass also VW hat eine technische Basis, also die Computer, die da drunter laufen für Entertainment, sind konzernweit die gleichen, aber jede Marke, also VW, Audi, Skoda, Seat, macht ihr eigenes User-Interface drauf und verbindet möglicherweise diese Geräte mit, der eine macht es über Kupfer, der Audi macht es über Glasfaser und Zeug und Audi hat irgendwie diesen Knubbel zum Drehen fürs Interface, VW macht ein Touchscreen und so weiter. Das heißt aber, die haben durchaus die, er meint so, dass das Entwicklungsrisiko liegt ja in diesem Computer hauptsächlich, aber sie wollen trotzdem die Marken obendrauf unterschiedlich charakterisieren durch das Radio. Ja, das ist jetzt, sagen auch die Hörer, so am besten läuft es wohl bei Audi, die haben da das meiste Geschick dabei, aber wäre es nicht auch cool, wenn der VW und der Seat das gleiche coole Radio bekommen, wie es auch im Audi gibt? Also, um noch einmal einen Schritt zurück zu machen, ich finde das grundsätzlich sehr gut, dass sie das so machen, weil das voll Sinn macht, das macht die ganze Konzeption auch billiger, weil du halt, du musst halt erst nur ein Core-System bauen und nicht jeder baut sein eigenes Core-System und brauchst in jedem Konzern das eigene Team, das halt diesen Hauptrechner baut. Was da aber, glaube ich, echt voll sinnvoll wäre, wenn so die HM-Leute sich zusammensetzen würden und man mal so User-Interface-Guidelines bauen würde und sich da zusammenkonzeptionieren würde, dann würden halt solche Seat-Katastrophen nicht passieren, weil dann würde man sich vielleicht zusammensetzen und dann offensichtlich hat ja Audi Leute, die das können und dann würde Audi sagen, habt ihr mal kurz darüber und habt ihr das mal benutzt? Das ist doch totale Scheiße. Und dann würden die Seat-Leute sagen, you're with Odin death und dann würde der Audi-Mensch sagen, weil es nicht zu benutzen ist. Ja, ich weiß, du fährst am Abend mit deinem Audi nach Hause, aber deine Kunden kaufen Seat. Und dann wäre das Problem vielleicht kleiner und dann, ich meine, es ist ein Konzern und dann könnte man natürlich hingehen und wie das Apple zum Beispiel macht, sagen, hier sind Human-Interface-Guidelines. Zugegeben, Apple hält sich natürlich auch nicht an seine eigenen Human-Interface-Guidelines, aber so könnte man natürlich an die Sache leichter rangehen. Ich verstehe natürlich, dass die, dass jetzt zum Beispiel da nicht jeder diesen Drehknopf einbaut, weil das möchte Audi natürlich nicht, weil das ist ein Faktor, den die Interaktion mit dem Multimediasystem von Audi von den anderen abhebt, weil er entweder besser funktioniert, möglicherweise, oder weil er zumindest anders funktioniert. Es ist halt ein ganz anderes Bedienkonzept als der Touchscreen von VW ist oder der nicht so gut funktionierende Touchscreen von Seat. Oder habe ich keine Ahnung, muss irgendwie mit der Hölzchen trommeln. Keine Ahnung. Aber man kann sich natürlich da schon mal sagen, was ist der kleinste gemeinsame Teiler von User-Interface. Klar sieht das Seat-UI wahrscheinlich irgendwie ein bisschen aus wie mit Rot und mit irgendwie Emotion. Ich habe nachgelesen, Auto-Emotion ist nicht mehr. Der Slogan ist schon... Oh, das ist schade. Ja gut, dann halt irgendwas anderes. Ich fand den von Avis übrigens sehr gut. We try harder. Ernsthaft? Ja gut. Ja gut, es bleibt aber beim Versuch, oder wie? Ja gut, man darf... Ja. Ja. Ja gut, also ich wollte nochmal... Mich hat es... Ich war etwas erstaunt, weil das nicht... Diese schlechte Bedienbarkeit übersetzt es ja auch direkt in Gefahr, weil du eine Sekunde länger auf das Ding guckst, wenn du da versuchst, einen Radiosender einzustellen. Ja, ja klar. Und weil du halt deine Navigationsmeldungen nicht hörst und dann halt irgendeinen Quatsch an der Ausfahrt machst oder so. Also das ist halt... An der Stelle sind sie sich ja sicherlich selbstbewusst, dass das gefährlich ist. Ja, und sie lassen ja... BMW lässt ja nicht jeden auf ihre App-Plattform auf den größeren Geräten drauf. Ja. Weil sie sagen, du machst ja nur Mist und lenkst uns den Fahrer ab und dann fährt er sich tot und dann sind wir schuld. Und das wollen wir nicht. Ja, verständlich. Aber dann sowas... Naja. Weiß nicht. Schwierig. Leo, hast du... mit Auto... Auto-Gedingse... Was ist wichtig? Ist da wichtig, dass das der Hersteller liefert oder ist das wichtig, dass da die Smartphone-Integration gut funktioniert? Ja, gut. Ich meine, es ist schwierig. Ich frage mich halt immer noch... Erstens bleibt es natürlich einfach am Schluss an dem Hängen, der das Auto fährt. und letztlich wird sich vielleicht langfristig auch nur was ändern, wenn die Leute halt, ja, auch mit dem Portemonnaie halt abstimmen, ganz banal. Also das heißt, wenn halt Autos mit schlechten Navis und schlechten Infotainment-Systemen nicht mehr gekauft würden, dann hätte sich das Problem schnell selbst gelöst. Aber da diese Autos offensichtlich nach wie vor gekauft werden und es immer noch auch im Jahr 2017 längst nicht für jeden ein besonderlich wichtiges Kriterium zu sein scheint, was mich auch verblüfft inzwischen, weil man könnte ja sich vorstellen, dass inzwischen, dass man heute beim Autokauf eigentlich dieses Element ja beachtet zu einem gewissen Grad. Ich meine, wenn du überlegst, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach mit einem Smartphone durch die Gegend rennt zum jetzigen Zeitpunkt, dann müsste sich das doch im Autokauf eigentlich niederschlagen. Ich war neulich vor drei Jahren beim VW-Händler und habe gefragt hier so, was haben sie denn für Radiooptionen oder Navigationsgeräte-Optionen? Dann sagt er ja hier A, B und C. Dann sage ich, kann ich mir die mal anschauen? Welchen Motor wollen sie denn fahren? Ja, irgendwie den 1,6 Liter. Ja, da ist das Radio aber nicht drin. Das andere hat einen größeren Bildschirm. So, ja, echt. Danke. Ja, ja, das ist wie so eine andere Welt, die da existiert. Das ist eine seltsame Parallelwelt und die natürlich auch in ganz anderen Zyklen denkt und die Händler dann unter Umständen wenn natürlich ein Händler gerät, der dann auch keine Ahnung davon hat oder auch das nicht als wichtiges Kriterium wahrnimmt, weil auch kein Kunde oder du wahrscheinlich der erste Kunde warst, der sich da spezifisch nach diesen Dingen gefragt hat. Und abgesehen davon, dass es wahrscheinlich für die Händler auch sehr konfus ist, was da jeweils angeboten und unterstützt wird. Also ich möchte auch nicht unbedingt in der Haut des Händlers stecken unter Umständen, weil die Masse an Konfigurationsmöglichkeiten und wahrscheinlich dann darauf auswirken, was du da ins Auto integrieren kannst und wie sich dann jeweils dein Smartphone da einbindet und auf welche Weise, ja, ist natürlich nicht ohne. Und wahrscheinlich willst du auch, wenn du jetzt an Carsharing und so weiter denkst, willst du ja auch eigentlich möglichst wenig von dem Gerät, weil du willst dich ja nicht an jedes neue Modell von Carsharing Auto irgendwie da einarbeiten, während du pro Minute zahlst, sondern du willst halt eigentlich so den W1-Chip fürs Auto, dass du dein Telefon da hinhängst. Entschuldigung, wir nennen es im Fachkreis ein NFC-Pairing. Ja, nicht bei Apple. Ja, ja, ich wollte da nur noch drauf. Und dann willst du halt W1 für Wi-Fi CarPlay oder für NFC für Android Auto, damit du da dein eigenes Ding hast. Und dass du halt, dass die App irgendwie sinnvoll von dem Carsharing-Anbieter dir sagt, so, das Auto ist jetzt aufgesperrt, du kannst, das kostet so viel, bla bla. Aber das gibt es ja auch noch nicht. Warum auch? Ja, okay. Gut, da finden wir jetzt so schnell keine Lösung. Leider, leider. Äh,